Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars So Ah, ich bin immer noch erkältet, es tut mir leid Entweder immer noch oder schon wieder, man weiß es nicht genau Der Körper macht ja was er will in dieser wunderschönen Angenehm kalten Feuchten Deutschen Jahreszeit So So wundervoll, so wundervoll, so wundervoll Genau, hier haben wir ja angefangen ein Plateau aufzubauen So Gut, 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 gut Wieso sollte man hier Nahrung haben wollen Leben hier Menschen? Nein Braucht man also Nahrung? Nein Haben wir da Treibstoff? Ja Cool, 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 cool Nehmen wir raus den treibstoff werden wir woanders einsetzen habe ich mir gerade überlegt wir machen da so ein großes lager hin so wie wir es da oben haben lager treibstoff lager so wenn ihr schon die ganze welt explodiert dann wollen wir so ein hübscher so bau mal den mister wenn er aufgebaut hat ja ja ich weiß du musst dir das mal sieben millionen teile weg bringen gut dann können wir gleich war naja chill mal also ersatzstrom ist auch einiges noch da das noch einer das noch 150 ok das sieht auch schon mal geil aus wie die das so schön hochgestapelt haben wie ich finde also sieht echt ein eis auf der rufpasse da kommen jetzt noch mehr dazu schon mal 4000 kann man da einlagern also ist auch schon mal nice ja ich will am liebsten treibstoff hier produzieren und nur vertickern schicksal an die erde alter treibstoff bum 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 zwölf milliarden wir sind billionaires milliardärs club so wie läuft es denn hier so bildung ist wichtig genau ich meine eigentlich wie läuft es denn hier bohnen qualität liegt bei 100 prozent verbesserung des bohns zehn prozent dann würde ich mal sagen was macht das verschlechtert den boden dann immer mal soja bohnen im grunde reicht das ja eigentlich weil zehn prozent verschlechtert der zehn prozent verbessert der bedeutet es hat immer 100 prozent ich habe ein gebäude wo es nicht die ab sie am strom angeschlossen weil ich stromsparer bin denn ökostrom ist voll mein ding so was kein stromanschluss hier was jetzt muss noch mal kurz meine e zigarette sauber machen wir wollen hier auch ein gut dampf haben you know what it is ja geht mal weg bevor ihr alles repariert da kommt ja schon wieder einer zum repairen yeah so ich werde es irgendwann in meinem leben noch mal fertig kriegen ich lege mir mal jetzt ein dass ich den blog noch machen muss was das schaffe ich noch ich mach das ich halte mein wort es dauert halt nur verdammt lange weil ich einfach nicht die zeit finde neben der ganzen arbeit das noch zu machen mit nebenjob ist es jetzt auch erst jetzt erst vorbei da suche ich aber schon wieder neun dass ich ab januar wieder nebenjob habe damit ich denn im sommer nächsten jahres also juni juli august so in dem bereich meinen rechner noch mal fett aufrüsten kann dass ich da dann noch mal 9900 k war das glaube ich reinkriege dann ein kühler für den prozessor größeres netzteil mit 650 watt und eine rtx 2080 titan soll dann auch noch da rein aber dann dann kommt zwischenzeitlich kommt noch eine elgato rein ihr wisst ja was das bedeutet wenn eine elgato drin ist dann gibt es auch let's place von meinem pick von meinem laptop leck mich auf am arsch dann werde ich auch let's place machen von meiner ps4 und eventuell auch in der nächsten zeit dann wenn die drin ist dann auch von der switch damit ich mir noch nicht so sicher aber von der ps4 gibt es auf jeden fall drei vier let's place also spiele die ich da let's playen will für euch und mit euch und da habe ich echt mega bock drauf dass wir bestimmt mega geil und ja aber bis die elgato kommt die kostet auch noch 200 euro die ich gefunden habe die ich haben möchte hd 60 pro ist das kostet 200 euro bei elgato aber die will ich dann auch haben weil 4k muss ich ehrlich sagen ist nicht mein ding da stehe ich gar nicht so drauf ist auch nicht mein ziel mit 4k muss ich ehrlich sagen weil ich finde full hd reicht also ich bin damit sehr sehr zufrieden ich brauche dann nicht noch mehr das wollte ich noch mal eben kurz festhalten lass mal drin so und ja deswegen also nelgato nelgato wird da auch noch kommen und dann gibt es auch noch spiele von der ps4 also aber alles erst frühestens im nächsten jahr also damit ihr bescheid wisst schon mal ist es ist wird weiter gemacht es geht weiter wollte ich euch einfach mal drüber informieren ne und wie gesagt dann kommt davon auch noch let's play die gemacht werden und auch hochgeladen werden für euch ja jetzt haben wir hier ein bisschen die produktion angezogen ist doch ganz cool so jetzt macht er noch ein genau ja und deswegen muss man dann mal schauen wie das da so alles und dann noch mal das update im nächsten jahr deswegen will ich da auch noch mal ein bisschen nebenjob technisch was machen ich habe ja schon ein separates konto angelegt für meinen rechner also das geld vom nebenjob ich habe das jetzt alles auf mein normales konto drauf und ja wenn ich einmal was brauchen dann gehe ich da halt bei und so bleibt dann halt nicht immer vom nebenjob das geld übrig dafür habe ich jetzt ein tagesgeldkonto angelegt das bringt keine zinsen das ist auch nicht so tragisch aber das ist dann halt so das geld was ich nur für zocken oder meine aquaristik meine aquarien verwenden werde aber in aller erster linie nur für mein gaming pc weil die teile sind halt immer etwas sehr teurer sehr viel teurer und sobald das geld vom nebenjob da ist von meinem konto überweise das direkt auf mein tagesgeldkonto und dann haben wir da auch keine sorgen mehr mit und wenn ein genug geld da ist dass ich die ganzen teile upgraden kann dann werde ich alle teile auf einmal upgraden nicht erst ein teil und dann wieder ein teil und dann wieder ein teil sondern so alles zusammen nur die elgato kommt halt vorher so ähm du brauchst eine reparatur dir fehlen teile ich habe doch so fucking viele egal dann bestellen wir hier oben auch nochmal was hin dann schicken wir hier eine rakete rein ja ballern wir hier mal eine nachschubrakete rein polymere kannst du auch noch gebrauchen polymere die teile habe ich jetzt bestellt maschinenteile kannst du auch noch mal eine ladung kriegen oh warum sind keine kaufs einfach so verfügbar oh heilige scheiße ich habe kein geld mehr äh äh ähm fuck it ich habe kein para scheiße kann ich mir jetzt noch eine rakete unter her schicken scheiße ähm ja habe ich auch kein geld mehr für shitty shitty boom bang ich bin pleite ich bin pleite ist scheiße ich bin pleite freunde ne aber das kommt dann alles im nächsten jahr aber wo ich schaul war das zuweil ich suche dann noch einen nebenjob das ich dann ab januar da anfangen kann und dann mal das ja durchziehen und dann mal gucken wie viel geld bei rumkommt klar wenn ich immer meine 45 stunden mache beim nebenjob dann blub 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 komme ich so knapp auf fünfeinhalb am ende des jahres aber praktisch wird es ja so sein dass da noch abzüge sind von ähm Sprit und alles dass ich da ja extra hinfahre und wenn ich mal weniger stunden mache dann ist es auch weniger weil voll durchballern will ich auch nicht immer weil ich habe ja auch noch einen hauptjob und ähm ein bisschen ruhezeit bruch der körper ja auch und deswegen muss man dann mal gucken wie viel dann tatsächlich bei rumkommt und äh ja Hauptsache ist es genug dass ich die updates machen kann upgrades das war echt absturz alter dass ich jetzt keinen partner mehr habe was soll ich jetzt machen ich habe jetzt eine rakete angefordert damit ich halt wieder geld habe aber ist schon kacke also richtig kacke ich wollte gerade sagen das ding läuft doch jetzt wieder ähm ich weiß noch nicht wie wir das jetzt versuchen weiter zu machen auf jeden fall mit der rakete dass wir ein bisschen geld haben wenn dann aber natürlich auf dauer auch nichts Edelmetalle Metalle ich suche jetzt mal die ganzen Edelmetalle wo die auch immer sein könnten warum ist denn da ein gesucht ist eigentlich so viel scheiß treibstau wenn man das treibstoff den treibstoff und bringen wir mal hier hin so es geht ja nicht dass wir sieben milliarden treibstoff dinger sind Edelmetalle gibt es hier aber auch ne wo gibt es denn Edelmetalle schnell ausmachen schnell ausmachen schnell ausmachen hoops Drohne schnell ausmachen nö keine Ahnung so meine Hand vibriert mein Arm vibriert damit ist die Folge vorbei ich hoffe es hat euch gefallen wieder noch viel Spaß bis zum nächsten mal euer SweetOneWeb liken teilen abonnieren favorisieren ihr wisst bescheid Ciao